Mit unseren Fahrzeugen wollen wir nicht nur mobil sein, sondern auch über unser Telefon die Verbindung zur Außenwelt behalten. Egal ob für eine kurze Absprache oder ein längeres Gespräch. Mit der Freisprecheinrichtung des Infotainmentsystems können Sie auch während der Fahrt sicher telefonieren. Lernen Sie, wie Sie Ihr Mobiltelefon über Bluetooth mit dem Infotainmentsystem verbinden oder wie Sie einen Kontakt aus Ihrem Telefonbuch anrufen. Bleiben Sie erreichbar, auch hinter dem Steuer. Um zum Telefonbildschirm zu gelangen, drücken Sie die Telefon-Taste. Als erstes muss eine Bluetooth-Verbindung zwischen dem Infotainmentsystem und einem kompatiblen Mobiltelefon hergestellt werden. Die Verbindung eines Telefons ist einfach und in wenigen Schritten erledigt. Beachten Sie zunächst, dass Bluetooth auf Ihrem Mobiltelefon aktiviert und das Telefon für andere Geräte sichtbar eingestellt sein muss. Wählen Sie aus der Liste der Bluetooth-Geräte auf Ihrem Mobiltelefon Ihr Fahrzeug aus. Akzeptieren Sie dann den Verbindungsstatus auf dem Infotainmentsystem. Bestätigen Sie die Verbindung auf dem Infotainmentsystem und auf Ihrem Mobiltelefon. Akzeptieren Sie abschließend die Profilauswahl. Bei einigen Mobiltelefonen ist der Zugriff auf bestimmte Telefonfunktionen wie das Adressbuch erforderlich. Behalten Sie Ihr Mobiltelefon im Auge und akzeptieren Sie entsprechende Aufforderungen. Verschiedene Funktionen wie Kontakte und die Anrufliste stehen Ihnen zur Verfügung. Um einen Kontakt anzurufen, tippen Sie auf Kontakte und nutzen die Funktion Suchen oder wählen einen Namen aus der Liste aus. Wählen Sie eine Telefonnummer aus, um einen Anruf zu tätigen. Wussten Sie, dass es einen weiteren schnellen Weg gibt, um ein Telefonat anzunehmen oder zu beenden? Drücken Sie die Telefontaste auf dem Lenkrad, um einen eingehenden Anruf anzunehmen. Drücken Sie dieselbe Taste lang, um den Anruf zu beenden. Eingehende Anrufe können ebenso auf diese Weise abgelehnt werden. Vielen Dank!